Meine Herren, es bedarf keiner weiteren... Genug! Gut, ihr könnt weitermachen, aber wir behalten das Mädchen. Irgendwelche weiteren Probleme und sie verschwindet. Brauchst du Hilfe? Ein Magi? Ich bin Merit Ma'at, das Oberhaupt des Dorfes. Ach, macht ihr um die keine Sorgen. Das sind nur Mittelsmänner für Ptolemaeos Soldaten. Ich habe eine Abmachung mit ihrem Kommandanten. Opium und Honig für den Schutz des Dorfes. Er ist derjenige, um den wir uns sorgen müssen. Haben Sie eine Geisel genommen? Genau wie die Magi von früher. Wenn du ein Held sein willst, sie haben sie ins nahegelegene Militärlager gebracht. Wenn sie noch lebt, findest du sie da. Ich komme bald mit ihr zurück, Merit Ma'at. Dann kannst du entscheiden, ob ich ein Held bin. Ich gehe jetzt auch mal aus. Ach. Ich gehe in dein Held. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich werde einen Stuhl spalten. Das war's für heute. Das war's für heute. Verfluchter Affe! So entkommst du mir nicht! Das war's für heute. Ein Ladungsverzeichnis. Das Schiff lädt in Memphis ab. Dort finde ich den Kommandanten. Hey! Frisch das, du Ratte! Hey! 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 Der mörderische Scheißkerl ist tot. Aber was ist mit Merit Marats Tochter? Sie könnte noch leben. Und zwar hier in Memphis. Der mörderische Scheißkerl ist tot. Meine Mutter. Ich wurde als Kind ausgesetzt. Wie kann das sein? Wer bist du?